Einen wundervollen entspannen Tag wünsche euch und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Arrays. Arrays, wie gesagt, habt ihr eigentlich auch schon verwendet, aber Arrays sind noch ein kleines bisschen mächtiger als Strings. Denn ein String ist nur eine Art eines Arrays. Ein String ist quasi ein Array aus Buchstaben. Das heißt, wir haben mehrere Buchstaben hintereinander, also H, E, L, L, O und so weiter und so fort. Das alles ist innerhalb dieses, naja, dieses Strings, also dieses Arrays. Und ein Array an sich ist nicht limitiert auf Buchstaben oder sowas. Ein Array an sich ist tatsächlich so mächtig, dass es alles beherbergen kann. Also zum Beispiel Zahlen, Buchstaben oder eine Kombination aus all dem. Oder auch sogar Strings kann man in ein Array stecken. Das heißt, quasi ein Array aus Arrays, auch das ist möglich. Und es ist ziemlicher Gehirnbums, aber es ist möglich, definitiv. Und ja, das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Wir können hier vorne mal wieder entscheiden, ob wir Wahl oder Wahr haben wollen. Das können wir uns aussuchen. Und wir können dann hier sagen, okay, ich nenne das Ding jetzt mal MyArray. Und das ist jetzt gleich, da brauche ich nicht direkt einen Typ ansetzen, sondern ich sage hier, okay, ich möchte ein Array bauen. Das mache ich ganz einfach, indem ich sage Array, ups, Array Off. Übrigens, ihr bekommt diese Hilfe, was ihr alles machen könnt, indem ihr hier zum Beispiel Array eingibt und dann Steuerung Leertaste drückt. Dann kommt diese Liste aus Sachen, die ihr hier verwenden könnt. Das heißt zum Beispiel Array Off. Und dann kann ich hier sagen, Array Off. Naja, was möchte ich denn in meinem Array drin haben? Zum Beispiel die Werte 0, 1 und 2. Und vielleicht noch den Satz. Oder besser gesagt, ja doch, den Satz, danke fürs Zugucken. Mit einem Smiley. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Werte drin. Und die sind jetzt alle in unser Array gepackt. Und wir können dieses Array ja jetzt ausgeben, würde man zumindest hoffen. Funktioniert leider nicht ganz so einfach, denn wenn ich jetzt myArray hier ausgebe, dann spuckt mir Kotlin einfach nur einen kompletten komischen Gram hier aus. L java.lang.object semicolon at 75b8. Und bei euch wird es wahrscheinlich nicht mal dasselbe sein, denn das hier ändert sich jedes Mal. Das ändert sich, glaube ich, sogar, wenn ich das hier wieder ausführe. Okay, doch nicht. Aber bei euch wird es nicht dasselbe sein. Nun, wie kann ich denn jetzt auf mein Array zugreifen? Ähm, die einfachste Variante dafür ist eine, die wir noch nicht gehabt haben. Die kommt später in der Tutorial-Reihe, nennt sich Vorschleife. Die andere Art und Weise ist, ihr greift auf ein spezielles Element in diesem Array zu. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte ganz gerne dieses Element haben, dieses, dieses oder eben dieses hier, was ein Element ist. Immer die verschiedenen Elemente hier mit Komma trennen, ja. Ähm, und das könnt ihr machen, indem ihr hier eckige Klammern anwendet, die, für die Fortgeschritten unter euch, alle anderen mal kurz bitte ausschalten, ähm, die greifen auf eine Funktion zu, also eine Getter- oder Setter-Methode, im Endeffekt auf der Klasse von Arrays. Ähm, und ja, da wird dann eben das ausgeführt. So, jetzt wieder alle zuhören. Ähm, ihr könnt hier dann eine 0 reingeben für das allererste Item. Achtung, das hat hier nichts mit dieser 0 zu tun. Ich mache hier mal eine 42 rein, hier eine 1337 und hier eine 20, dann, ähm, ist das nicht irgendwie, äh, verwirrend für euch. So, diese 0 greift auf jetzt das vorderste Element in unserem Array zu. Wir fangen immer an, mit 0 zu zählen. Minus 1 funktioniert nicht, ähm, das ist, das gibt es einfach nicht. Aber 0 ist das vorderste Element in unserem Array, das heißt, diese 42 hier, während 1 eben die 1337 ist. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Die 2 ist die 20 und die 3 ist das Danke fürs Zugucken, ähm, was ich jetzt natürlich ausgeben möchte. Und ja, so funktioniert das im Endeffekt. Also, das heißt, ihr könnt auf dieses Array darauf zugreifen, indem ihr hier einfach diesen Wert eingebt, den ihr hier haben wollt. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt ein bisschen Speicher geschaffen, in den wir mehrere Werte in eine Variable reinschreiben können. Ohne, dass wir jedes Mal eine neue Variable mit wahr definieren müssen, können wir hier halt einfach mehrere reinschreiben. Wenn ich jetzt allerdings hier auf die 4 zugreife, dann bekomme ich einen Fehler, der nennt sich, und das ist ganz wichtig, dass ihr auch lernt, Fehler zu lesen, Array Index Out of Bounds Exception, ja. Das Java lang vorne dran, braucht euch nicht interessieren. Aber dieses Array Index Out of Bounds Exception sagt euch genau schon das. Array, das ist das, was wir hier gerade haben, Index Out of Bounds, das heißt Index außerhalb der Grenzen und Exception heißt Fehler sozusagen. Und ja, woran liegt das denn jetzt? Naja, unser Array hat die Werte oder hat die Einträge den 0. Eintrag, den 1., 2. und 3. Eintrag. Wenn ich jetzt versuche, den 4. Eintrag mir zu holen, dann kriege ich natürlich, dann bin ich außerhalb der Grenzen meines Arrays, weil das hat das Array einfach nicht mehr. Also bin ich außerhalb der Bounds mit meinem Index, das heißt 4 ist einfach zu groß. Minus 1 würde genau denselben Fehler hervorrufen, dann ist auch mein Index Out of Bounds. Und dann steht hier sogar, welcher Wert das ist. Also das sollte jedem ein Begriff sein, diese Index Out of Bounds Exception. Das dauert ein bisschen, bis man sich da reingefunden hat, aber ist eigentlich ganz, ganz angenehm. So, wenn ich jetzt hier also wieder 3 rausgebe, dann passt das und ich habe das hier so gemacht. Cool. Ich kann jetzt natürlich auch hergehen und kann sagen, ich möchte einzelne Werte überschreiben. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier myArray von 3, nee, machen wir von 2, das dritte ist so schön, kann ich auf Yay umschreiben oder sowas und dann kann ich natürlich das zweite auch mal ausgeben. So, wir sehen, dann wird Yay ausgegeben und nicht mehr die 20. Dabei ist es egal, was diese beiden Dinger hier für ein Typ haben. Das wird automatisch gemacht. Das heißt, ihr könnt hier automatisch sagen, hey, ich will hier einen String reinschreiben, obwohl davor von mir aus eine Zahl drin stand. Das ist dem Array völlig egal. Ihr könnt natürlich auch wieder eine Zahl reinschreiben, aber ihr müsst im Endeffekt nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt natürlich auch das komplette myArray überschreiben, indem ihr hier einfach sagt, myArray ist gleich... So, und jetzt die zweite Art und Weise, wie ihr Arrays erstellt. Geht über Array und dann hier eckige Klamme, äh, normale Klamme auf, sorry, und die Anzahl an Elementen rein. Das heißt zum Beispiel, zwei Elemente wollt ihr drin haben. Achtung, da fängt man nicht mit Null an zu zählen, das heißt, wenn ihr hier eine Null eingibt, dann habt ihr quasi keinen Array. Okay, eins wäre nur das da, das heißt, das wäre ein Array, Klammer auf eins, theoretisch. Das ist die zweite Art, wie man die Dinger erstellen kann. Und das wäre die, naja, zum Beispiel zwei Elemente eben drin. Ähm, und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ein Array, das einfach nur Zahlen beinhaltet. Das ist jetzt leider ein bisschen vorgegriffen. Ähm, man kann das hier nicht wirklich anders damit erstellen. Ich gehe hier nochmal separat drauf ein, das ist einfach nur die andere Art und Weise, wie man das machen kann. Und ja, dann haben wir natürlich mit einer 2 hier ein Index Out of Bounds, denn wir haben hier nur insgesamt zwei Elemente in unserem Array drin, in diesem hier. Nämlich die Zahl 0 und die Zahl 1. Wenn ich jetzt hier versuche, auf das zweite Element drauf zuzugreifen, was passiert dann wohl? Naja, dieses Array hier hat jetzt die Werte 0, 1. Ja, das ist im Endeffekt mein Array, das sieht dann so aus im Speicher. Ja, und wenn ich jetzt auf dieses Element drauf zugreife, muss ich myArray von 0 machen. Wenn ich auf das hier zugreife, myArray von 1. Wenn ich mit myArray von 2 versuche, drauf zuzugreifen, naja, dann habe ich was kaputt gemacht. Sprich, ich bin außerhalb der Grenzen. Sprich, ich muss hier maximal, entweder 0 oder 1 muss hier rein. Ähm, oder ich muss mein Array hier größer stellen. Genau. Eine weitere nützliche Funktion ist, wenn ich hier myArray ist gleich schreibe, dann kann ich schreiben Array of Nulls. Und das ist eigentlich auch gar nicht mal so doof. Ähm, wobei, das funktioniert nicht mit myArray. Dazu müsste ich noch mehr vorgreifen. Das will ich jetzt nicht noch mehr tun. Ähm, das kommt dann noch später irgendwann mal. Genau. Cool. Das heißt, wir haben jetzt heute Arrays kennengelernt. Jetzt wollen wir noch ganz kurz gucken, wie zur Hölle ist denn eigentlich ein String, ein Array? Nun, lasst uns das doch einfach mal ausprobieren. Wir versuchen jetzt mal hier bei unserem HelloWorld1111blablabla, versuchen wir jetzt mal auf ein spezielles Element drauf zuzugreifen, wie wir das bei einem Array auch gemacht haben. Das heißt, wir sagen hier, wir hätten ganz gerne unser nulltes Element. Nun, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Dann kriegen wir hier einfach das große H raus. Und das ist, äh, das ist quasi, das ist der Character hier. Äh, das ist dieses HelloWorld in der Printline. Und das hier ist diese Zeile. Und das heißt, wir bekommen hier einfach das H raus, also den ersten Buchstaben. Sprich, ich kann auf die einzelnen Buchstaben meines Arrays HelloWorld drauf zugreifen und das ohne Probleme einfach so ausgeben lassen. Ist das nicht cool? Dann kann ich einfach sagen, hey, ich hätte ganz gerne das, ähm, naja, sagen wir mal das zehnte Zeichen. Ich hoffe mal, dass wir hier auch wirklich, beziehungsweise das elfte Zeichen ist es ja eigentlich. Ähm, und ja, damit kommen wir ein D. Das ist dann offensichtlich dieses Zeichen hier. Also eigentlich echt eine coole Sache. Und das heißt offensichtlich, dass Strings auch nur Arrays sind, die man auch so verwenden kann. Ziemlich cool, ja. Und das war's von meiner Seite auch erstmal wieder. Natürlich gibt's noch sehr viel mehr zu Arrays, was ich euch zeigen kann und zeigen will. Aber das machen wir später, wenn wir dann noch wirklich alles, äh, Grundlagenmäßiges behandelt haben. Das gehört jetzt allerdings noch zu den Grundlagen. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.